Das nachfolgende Video stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf einer Aktie oder eines Finanzproduktes dar. Es handelt sich um keine Anlagenempfehlung, sondern lediglich um eine Information. Abonniert den Kanal, läutet die Glocke hinterher, dann verpasst ihr hier auch nichts von Aktien und Krypto-News. Hallo und herzlich willkommen zu Aktien-News. Heute wieder ein Update zur AMC und zur Ape-Aktie. Und der Frage, haben die Hedgefonds bzw. die Short-Seller gewonnen? Ja, das ist eine schwierige Frage, die aber gleichzeitig auch einfach zu beantworten ist. Kommt ganz darauf an, was man hier wollte. Und die meisten eigentlich waren hier, um einen Short-Squeeze hervorzurufen. Am Anfang war es noch die Moors, die Mother aller Short-Squeezes. Und mit Kursen von Tausenden von Dollar. Und selbst derjenige, der damals am pessimistischsten gedacht hat, hat gesagt, okay, unter vierstellig verkaufe ich hier nicht. Und jetzt sind dieselben Leute, die damals unter vierstellig verkaufe ich nicht gepredigt haben, erzählen dann irgendwas von, ja, super, AMC ist gerettet und kann jetzt seine Schulden bezahlen. Und haben wir alle gut gemacht und toll und jetzt geht es aufwärts. Und, und, und. Ärgert mich ein bisschen, muss ich sagen. Es sind viele ihrer Linie hier nicht treu geblieben, meiner Meinung nach. Ich bin meiner Linie treu geblieben. Ich, ähm, habe hier spekuliert auf einen Short-Squeeze. Ich habe von Anfang an gesagt, ähm, ich muss hier keine Kinos retten. Äh, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd und ein bisschen, keine Ahnung, fies an. Aber, ähm, ich bin hier gewesen aufgrund eines Short-Squeezees, so wie die meisten anderen auch. Kann jetzt jeder erzählen, was er will. Er will irgendwie die Kinos retten oder wie auch immer. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall bin ich tiefst enttäuscht von der ganzen Firmenpolitik von Adam Aaron, dass er jetzt da, ähm, ja, wahrscheinlich sehr, sehr viele Aktien auf den Markt geben wird nach der Umwandlung. Ich gehe mal davon aus, dass das da noch weiter den Kurs belasten wird eher. Wie es dann kommt, weiß man nicht, aber ich gehe eher davon aus. Und, ähm, ich hatte mal hier eine Liste gepostet, beziehungsweise ein Video hochgeladen, das ist schon Ewigkeiten her. Und, äh, ich habe es versucht wieder irgendwo aufzutreiben. Aber ich habe es nicht gefunden. Und zwar ging es da auch gerade um diese Schuldentilgung. Und, äh, der größte Batzen, der muss eigentlich erst im Jahr 2027 getilgt werden. Das sind so irgendwie, glaube ich, viereinhalb Milliarden gewesen, die dann erst getilgt werden müssen. Das heißt, da wäre noch Zeit genug gewesen, um hier noch, ähm, ja, noch zu pokern, um hier noch, äh, ja, einen Short-Squeeze hervorzurufen, die, äh, Short-Seller etwas herauszufordern. Und, ähm, irgendwie versuchen, dass hier was passiert. Aber gut, das war ja natürlich das Interesse von dem CEO, logisch. Der will natürlich sein, ähm, sein Unternehmen positiv dastehen lassen. Und er will natürlich versuchen, hier das Beste daraus zu machen. Ist auch verständlich von seiner Seite aus. Aber ich denke, dass sehr, sehr viele Apes oder einige Apes hier auf einmal so die Seiten gewechselt haben und sich gesagt haben, okay, oh, ich brauche keinen Short-Squeeze. Super, ähm, Adam Aaron macht alles toll, macht alles gut, macht alles super, rettet das Geschäft. Und, ähm, die Apes, die eigentlich dazu beigetragen haben, sein, ähm, ja, sein Unternehmen zu retten und ohne die Apes eigentlich keine Rettung des Unternehmens hätte stattfinden können. Ähm, die werden jetzt so quasi, äh, unter Ferner liefen. Ähm, ja, so nach dem Motto, ähm, ja, ich habe das Unternehmen gerettet. Und, äh, ja, die Apes, ja, sind halt, ja, sind halt die Apes, ne, würde ich sagen. Er hat ja wahrscheinlich seine, ähm, Aktie, ähm, Ape dann auch genannt. So ungefähr nach dem Motto, ähm, war vielleicht sogar mit etwas einem, äh, negativen, ähm, Touch irgendwo. Vielleicht sogar, ich weiß es nicht, vielleicht tue ich ihm da auch zu viel negatives Zuschustern. Aber aus meiner Sicht, ähm, für diejenigen, die hier auf einen MOAS gehofft haben oder auf einen super, mega Short-Squeeze, ähm, da muss man sagen, da haben höchstwahrscheinlich die Hedgefonds, die Short-Seller gewonnen. Wir haben jetzt noch zwei Tage, ähm, wenn dann diese Umwandlung stattgefunden hat, dann, ähm, wird auf jeden Fall sich erstmal das Short-Interest verwässern und, äh, dadurch natürlich die Fantasie etwas runtergehen. Und dann, ähm, haben wir natürlich dann noch diese Gefahr, dass Adam Aaron verwässert, indem er Aktien auf den Markt gibt, weil er seine Schulden tilgen muss. Und, ähm, das wird dann natürlich dann auch weiterhin dieses Short-Interest verwässern. Und, ähm, ja, gut. Das ist so. Und, ähm, da müssen wir mit leben. Jetzt haben wir darauf spekuliert, auf einen Short-Squeeze, auf einen Mega-Squeeze. Der hat bisher nicht stattgefunden. Ganz im Gegenteil. Äh, heute die Aktien extremst im Minus. Ähm, die AMC zumindest mit 23,71%. Die Ape etwas weniger im Minus mit 2,12%. Ja, das liegt daran, dass jetzt die Hoffnung, in Anführungszeichen, ähm, der Gegner des Reverse-Splittes und der Umwandlung, ähm, sagen wir mal so, die Hoffnung nicht mehr so sehr haben, weil die ganzen, ähm, ja, Einwände, äh, Gerichtsverfahren, die jetzt hier noch, ähm, hätten anstehen können, sind abgewiesen worden. Ähm, das heißt, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass hier der Reverse-Splitt und der, ähm, die Umwandlung, dass die noch gekippt werden, wird natürlich geringer. Ja, dadurch, dass es geringer wird, rücken natürlich die Kurse näher zusammen und werden sich dann wahrscheinlich dann irgendwo, ähm, ja, vielleicht bei, keine Ahnung, vielleicht bei 2,50$, bei 3$ annähern. Natürlich wird die Ape, ähm, ja, etwas höher stehen wahrscheinlich, weil die AMC hat ja noch quasi diese, ja, diese 7,5 Aktien, eine neue Aktie. Das heißt, die wird dann noch quasi diese, diesen Bonus noch drauf haben und diesen Bonus, das wird das Delta dann sein zwischen Ape und AMC. Aber an sich selber werden sie sich doch sehr, sehr schnell annähern jetzt die nächsten zwei Tage. Wenn denn nicht doch noch irgendwo unverhofft dann doch noch in irgendeinem Shorts, wie es kommt. Ähm, auf Reddit sind die, äh, Amerikaner teilweise total euphorisch und, und, und pushen, 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 äh, Q-SIP-Number und dies und jenes. Kann ich gar nicht nachvollziehen, muss ich sagen, weil ich nicht weiß, wo steht's, ähm, steht's überhaupt irgendwo. Ist es einfach nur ein blindes Gepusche, ähm, sich selber irgendwo zu sagen, wir haben gewonnen und, ähm, sich vorzumachen, dass es irgendwo, äh, so ausgegangen ist, dass die Hedgefonds hier die Short-Seller verloren haben. Ja, ich denke, die Politik und, äh, die gesamte Situation auf dem Finanzmarkt ist einfach so negativ, dass man hier eigentlich gegen diese Big Player gar nicht gewinnen kann. Ich, äh, die Erkenntnis, ähm, äh, ist mir leider auch zu spät gekommen, muss ich sagen. Ich hab jetzt durch den Zukauf von Ape in der Vergangenheit, ähm, jetzt, äh, meinen Preis, meinen Einkaufspreis soweit gesenkt, wenn die Zusammenlegung kommt, dass ich hier so plus minus null bin. Das heißt, ich hab keinen großen Verlust dann im Endeffekt gemacht. Eigentlich gar keinen Verlust. Bin sogar ein bisschen im Gewinn. Aber das war halt nicht das, was ich wollte. Ich, ähm, ich hab, bin hier reingetreten für einen Life Changer. Muss ich sagen, ich hab mich jetzt hier über zwei Jahre hier, ähm, versucht, äh, ja, positiv und, ähm, positiv zu stimmen, euch positiv zu stimmen, mich selber positiv zu stimmen und, ähm, war auch, ähm, euphorisch. Ja, jetzt ist alles irgendwo so ein bisschen weg. Ich fühl mich so ein bisschen leer, muss ich sagen, ähm, in der Hinsicht, dass ich, äh, jetzt mir eingestehen muss oder sehen muss, das wird kein Life Changer mehr. Ähm, gehe ich mal von aus, wenn jetzt nicht noch irgendein Riesenwunder passiert, wird das kein Life Changer mehr, sondern das wird eine normale Aktie. Ein Long Time Investment. Ich werde es weiter hier auf der Agenda haben, ähm, die AMC Aktie, die AMC, die neue AMC, die Ape wird ja dann weg sein. Und, ähm, da werde ich die weiter auf der Agenda haben, auf jeden Fall weiter beobachten. Vielleicht, ähm, ist das, äh, Short Interest ja dann doch wieder so, dass es, ähm, ja, wieder brisant wird für die Hedgefonds. Weil der dann auch vielleicht weiter geshortet wird. Oder es sind, äh, doch mehr synthetische Aktien auf dem Markt, die dann vielleicht nicht mal von Adam Aaron auf den Markt gegeben werden können, ähm, um dann, dass die Hedgefonds, die dann, äh, covern können. Das heißt, vielleicht besteht noch irgendwo eine Hoffnung, auch nach der Zusammenlegung, dass wir hier, äh, größere Kursanstiege haben. Ähm, aber ich glaube, dass diese, keine Ahnung, Tausender, Zehntausender, Hunderttausender oder was weiß ich, was für Kursanstiege natürlich nicht mehr möglich sind. Also, keine Handlungsempfehlung von mir, aber ich vermute mal, dass diese nicht mehr möglich sein werden. Und, ähm, man muss ja sagen, natürlich nach der Zusammenlegung, beziehungsweise dem Reverse-Split, dann sind ja 100 Dollar irgendwie, wo jetzt 10 Dollar sind. Und, äh, 1000 Dollar, wo jetzt 100 Dollar wären. Also, ähm, dass die Aktie dann auf 1000 Dollar, was jetzt 100 entsprechen würde, hochgeht. Kann sicherlich sein, wenn es einen Shorts, wie es wirklich gibt, dann ja. Aber aus der jetzigen Sicht sieht das alles meiner Meinung nach echt düster eher aus. Aber es kann natürlich sein, dass jetzt irgendwo die Luft total draußen ist, bei mir und bei vielen anderen. Und dann dreht's auf einmal und, äh, wir wundern uns. Von daher, so ganz die Hoffnung habe ich noch nicht verloren. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man so schön. Gestorben ist es noch nicht ganz, aber sie ist doch schon sehr, sehr weit, äh, ja, sehr, sehr weit nach unten gerückt, muss ich sagen. Meine Aktien habe ich noch. Ich habe meine Ape noch, meine EMC noch. Die Umwandlung, wie gesagt, wird mir positives bescheren vom Aktienkurs her. Ähm, dass ich dann einen anderen Einstiegskurs habe und, ähm, der, wie gesagt, recht niedrig dann ist. Ähm, ich hätte mir lieber einen Shortsqueeze gewünscht oder einen Moors oder zumindest mal einen Shortsqueeze gewünscht, anstatt diese Zusammenlegung, wo ich zwar jetzt plus minus null bin, aber da bin ich im Prinzip jetzt hier seit zweieinhalb Jahren fast hier dabei und dann komme ich hier raus mit plus minus null. Ist natürlich schon sehr, sehr ernüchternd. Ähm, aber gut, äh, wir bleiben weiter dabei, wir bleiben weiter im Rennen, schauen uns im Prinzip mal an, was hier, ähm, ja, Afterhour hier passiert. Ähm, ja, Kurs nach wie vor. Ich schaue mal, habe ja viel lang gesagt, wer weiß, was Afterhour dann los ist. Vielleicht passiert da was. Nix, drei Dollar elf. Ja, also ich denke, das wird wahrscheinlich nichts mehr werden. Aber, wie gesagt, wir schauen, was die nächsten zwei Tage noch passieren wird. Dann gehen wir mal, ja, wir schauen uns hier einfach nochmal auch die Fades to Deliver an. Das ist auch immer ganz interessant. Tesla, Google, das ist, ähm, Apple, glaube ich. Da weiß ich jetzt nicht, was es ist. Auf jeden Fall, ähm, sieht man hier die Fades to Deliver, die angefallen sind im Juli. Ja, hier sind es bei Tesla 29.000, Google 100.000, 20.000, 29.000, AMC 11 Millionen. Das hat einem schon einiges zu sagen, dass hier wirklich nicht mit rechten Dingen zugeht. Hier alles total manipuliert und korrupt und, ähm, ja, intransparent ist. Aber es nutzt trotzdem nichts. Elf Millionen Fades to Deliver, man sieht es offensichtlich, aber es passiert nichts. Die SEC, ja, ähm, macht die Augen zu, interessiert sie nicht. Andere interessieren sich dafür auch nicht. Die Gerichte interessieren sich dafür nicht. Ja, was will man da machen? Wenn sich keiner dafür interessiert, dann kann natürlich so ein Betrug gemacht werden. Und ich weiß für mich persönlich, wenn ich dann hier irgendwann mal rausgehen sollte, hier aus der AMC, ähm, vielleicht auch mit einem kleinen Gewinn oder mit einem größeren Gewinn, keine Ahnung, wird man dann sehen. Dann, ähm, werde ich hier in amerikanische Werte auf keinen Fall mehr reingehen. Ähm, ich gehe dann nur noch in Dividendentitel rein. Ähm, bei den Amerikanern kann man da vielleicht noch Coca-Cola kaufen oder andere Dividendentitel, ähm, wo man sagen kann, okay, Procter & Gamble oder sowas. Ähm, ähm, Titel halt, die halt regelmäßig Dividende zahlen alle drei Monate. Dann passiert auch sowas mit so synthetischen Aktien nicht. Aber, ähm, sowas wie jetzt hier die AMC, sowas ähnliches, würde ich wahrscheinlich die Finger davon lassen. Und, ähm, bei deutschen Aktien oder europäischen Aktien auch nur auf Dividendentitel. Und da muss man halt im Prinzip sagen, okay, ähm, dann ist dieses, ähm, ja, auf die Schnelle mal reich werden, ähm, eigentlich gar nicht möglich. Man wird weiterhin auf einem, ja, auf einem, ja gut, man jammert wahrscheinlich zu viel, weil man hat noch ein hohes Level im Gegensatz zu anderen Menschen. Aber es ist halt nicht mehr das, was man sich erhofft hat. Und damit habe ich jetzt so langsam abgeschlossen, würde ich sagen. Aber ich lasse mich dennoch noch von, ähm, von Überraschungen, äh, für Überraschungen ist vielleicht die AMC noch ganz gut. Und da lasse ich mich einfach mal, ähm, ja, inspirieren und schauen, wie sich die nächsten Tage und dann vielleicht die nächsten Wochen nach dem Reverse-Split entwickeln. Genau, genau, die Ape 2,13 Dollar, die AMC 3,11 Dollar. Ähm, dann schauen wir uns nochmal die Ortex-Zahlen an. Shortscore 92,92. Dann haben wir einen Short-Interest von 27,95. Ähm, 39% von Freefloat sind geliehen und die Utilization von 90. Ja, hier die Cost-to-Borrow sind jetzt auch gar nicht mehr da. Die sind jetzt so komplett weg, wobei ich die irgendwo ja noch hier beim Stonko-Tracker hab. Und, äh, da waren die auch alle sehr, sehr hoch. 900%, 8,970%. Würde auch drauf hindeuten, dass hier riesen viel Druck auf den Kessel ist, ist es wahrscheinlich auch. Aber wahrscheinlich kann der irgendwie abgelassen werden, ohne, dass, äh, ja, dass der Kleinanleger davon profitiert. Ja, wir werden sehen, ob es so ist oder nicht ist. Auf jeden Fall sieht's momentan so aus. Dann haben wir hier die Ape. Die Ape, äh, Shares, die geliehen sind 79 Millionen. Äh, Short-Interest 8,04. Und, ähm, ja, das hier genau dasselbe. Und, ähm, ja, das hier genau dasselbe. Und, äh, 6,2%. Gut. Schlützelfigur in diesem ganzen, äh, Konstrukt ist. Und, ähm, das ist im Prinzip so, wenn sich jetzt hier nicht doch noch irgendwas ändert und sich sein 3D-Schach dann doch irgendwo entpuppt als geniales, ähm, ja, geniales Ding irgendwo bezüglich, äh, ja, der Kleinanleger. Bezüglich AMC hat sich sicherlich als 3D-Schach entpuppt, mehr oder weniger. Aber für den Kleinanleger mit Sicherheit nicht, auch wenn sich manche da was vormachen. Okay, gut. Ähm, das war's jetzt von meiner Seite aus. Würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet und die Glocke hinterher läutet, damit ihr nichts verpasst von AMC, von anderen Aktien und auch Kryptowährungen. Ansonsten lasst es euch gut gehen und wir hören uns wieder. Tschüss.